Sir, wir haben ein Problem. Was wäre das Problem? Die Stadt wird von mechanischen Riesenmaden angegriffen. Was sollen wir nur tun? Wir löschen sie aus. Soll ich die Panzer losschicken? Ja. Und die Flugzeuge auch? Nö. Und was ist mit den Boten? Nein. Okay. Und rüstet die Panzer auch ab und zu mit MGs und Raketenbatterien. Sir, wir haben ein Problem. Können Sie mich hören? Sir, hören Sie den Funk? Okay, Sir. Wir könnten die Maden ausschalten. Sie werden zwar mehr, aber wir könnten das schaffen. Gut. Wir müssen sie abfahren. Laut dem Signal, was sie abgegeben haben, das ist noch rund 40. Ja. Wir sind nicht mehr viele. Nur zwei von uns haben überlebt. Werden? Sir, wir haben... Nur zwei von uns haben überlebt. Alle anderen sind gestorben. Die Maden werden immer mehr. Irgendein Kranker muss sie ja wiederbelebt haben. Oh, sind diese Viecher. Oh, sind diese Viecher. Es wird immer gefährlicher. Es werden ja auch immer mehr, aber wir sind dran. Wir können das schaffen. Ich... Mein Panzer ist fast zerstört. Meiner auch. Laut dem Radar sind es nur noch zwei. Aus, als würden die Roten explodieren. Dann sollten wir unsere Waffen nutzen. Umso mehr wir zerstören, umso besser. Die Stadt ist in Gefahr. Diese Viecher können die ganze Stadt zerstören. Und das Signal zum Lieutenant ist abgebrochen. Wir können den Lieutenant nicht mehr hören. Wieso Mistviecher? Wieso Mistviecher? Diese Viecher... Lassen sie ihn einfach nicht in Ruhe. Wer schafft diese Dinge überhaupt? Sie werden immer mehr. Ja, hoffentlich kommt danach nichts mehr von den Viechern. Da wäre ich mir mal nicht so sicher. Aber wir können nur hoffen. Falls danach noch welche kommen, dann könnten wir vielleicht unsere Panzer aufrüsten. Vielleicht. In der Nähe habe ich eine Werkstatt gesehen. Da könnten wir unsere Panzer verbessern. Würde ich mir das niemals verzeihen. Wir müssen unsere Stadt retten. Koste es, was es wolle. Solange alle über... Wir müssen auch los, dass wir nicht auszusehen die Häuser abschießen. Hier wurde vielleicht eh alles evakuiert. Also sollte eigentlich alles sicher sein. Wenn hier noch Leute sind, sollen sie auf Gott hoffen. Das Leben der Familien hier ist mir wichtig. Wichtiger, das Retten der Stadt ist mir wichtiger als irgendwelchen anderen Schrott. Die sind überall. Ich weiß. Die Häuser sind ja ganz schön dem Untergang geweiht. Verdammt, verdammt, verdammt. War die erfolgreich? Ja, es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Alles ist gerettet. Die Bettin wurden zu stören. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind zurück. Ja, hier.